So, wir bleiben bei den Standardoptionen von Joomla und dafür habe ich zuerst einmal die vorhin in den anderen Tutorials erstellten Beiträge und Kategorien schon mal wieder gelöscht. Ihr seht, bei Inhalt-Beiträge ist jetzt alles leer und auch bei den Kategorien befindet sich immer noch nur die Standardkategorie Uncategorized, die Joomla halt standardmäßig mitbringt. Ganz wichtig für das Verständnis von Joomla ist eben der Blick auf die Inhalte und Kategorien und ich möchte das hier an einem Praxisbeispiel machen. Wir gehen jetzt also einfach mal davon aus, dass wir die totalen Autofreaks wären, so ziemlich das Gegenteil von mir, aber ich finde, da kann man schön ein Beispiel bringen. Und wir wollen jetzt halt eben einen netten Blog zu unserem Hobby Autos machen, das heißt, wir wollen immer Beiträge zu den neuesten Karren schreiben und diese auf unserer Internetseite veröffentlichen. So, und damit wir dann ein bisschen den Überblick behalten, einerseits im Backend für uns selbst und eben auch die Möglichkeit haben, im Frontend für den User eine saubere Ausgabe zu erzeugen, brauchen wir dann Kategorien. Wenn wir also davon ausgehen, wir schreiben dann in dem Newsblock über ein Golf, dann wollen wir natürlich, dass der Golf in der Kategorie Volkswagen meinetwegen drinsteckt und die User so in der Frontend-Ausgabe die Möglichkeit haben, sich alle Beiträge von Volkswagen anzeigen zu lassen. Also eben das typische Prinzip eines Blogs meinetwegen und das macht halt nur Sinn, wenn wir das hier in Joomla kategorisieren. In anderen Systemen geht es, glaube ich, auch noch über Tags. Mittlerweile bietet Joomla ja auch Tags, nach denen wir teilweise sortieren können. Die grundlegende, hauptsächliche Sortierungsart sind aber meiner Meinung nach immer noch die Kategorien, die machen am meisten Sinn. Ich erstelle übrigens immer zuerst die Kategorien und deswegen macht es auch Sinn, sich vorab, gegebenenfalls Gedanken über die Struktur seiner Website zu machen, bevor man da einfach so ins Blaue hinein irgendwelche Inhalte erstellt. Warum mache ich das? Ich erstelle deshalb zuerst die Kategorien, weil ich dann später die Option habe, die Kategorie beim Erstellen der Beiträge schon auszuwählen. Das heißt also, ich muss beim Erstellen der Beiträge nicht jeden Beitrag dann doppelt anpacken. Das ist vor allem dann nervig, wenn man gerade so eine Website aufbaut und irgendwie schon 20, 30 Contents hat, die man eintragen möchte. Dann ist man froh über jeden Klick, den man irgendwie spart. Und so macht es dann Sinn, vorab den Kategoriebaum zu erstellen und später dann die Beiträge beim Erstellen direkt in die richtige Kategorie zu sortieren. Wir beginnen also einmal und sagen dann, dass wir eine neue Kategorie anlegen. Und dann nennen wir jetzt erstmal eben die erste Ebene, nennen wir dann Auto Mobil Katalog. So und der bekommt hier keine übergeordnete Kategorie. Das heißt, der soll eine oberste Ebene sein, also quasi eine Elternkategorie. Wir können jetzt hier noch eine Kategoriebeschreibung hinzufügen. Diesen Text können wir später auch ausgeben lassen. Wir können also anzeigen lassen, dass hier die, also wir können einstellen, dass dieser Kategorie Text, den wir hier festgelegt haben, in unserem Blog mit ausgegeben wird. Wir können den einschalten, wir können den ausschalten. Das sind also diese ganzen Zusatzwerte, von denen ich in dem letzten Video sprach. Letztlich geht es immer darum, einfach nur Texte irgendwo abzuspeichern. Aber flankierend zu diesen Texten gibt es eben die Möglichkeit, hier noch Schlagwörter, Notizen oder Versionshinweise abzulegen, die unter Umständen, in manchen Fällen, wenn es darum geht, noch irgendwo nur einen Zusatzwert noch mit einzubauen, dann kann man auch diese Felder programmtechnisch auslesen. Das heißt also, man kann sein Joomla da ein bisschen tweaken. So weit sind wir jetzt aber nicht. Wie gesagt, bei den Kategorien kann ich die Kategorie Beschreibung eingeben. Ich kann auch hier Erstellungsdatum festlegen, beziehungsweise das wird hier automatisch gemacht. Und ich kann auch hier Berechtigungen für diese Kategorie festlegen. Das kommt später auch bei den Zugriffsrechten. Das heißt, ich kann hier Kategorien nur für bestimmte Nutzergruppen freigeben oder auch nicht. Wir erstellen jetzt hier erstmal unsere erste Kategorie, den Automobilkatalog. Sagen jetzt hier Speichern und Neu. Und beginnen jetzt mit den Marken. Wir sagen jetzt hier Volkswagen. So, und diese ist jetzt eine untergeordnete Kategorie von dem Automobilkatalog. Wir wollen also das immer hier schön sauber auch sortiert haben. Wir erstellen also diese und machen noch eine weitere. Was gibt es denn da? Meinetwegen nehmen wir jetzt mal einen Mercedes. Auch diese soll eine Tochter oder ein Sohn vom Automobilkatalog sein. Auch diese soll wieder eine Tochter sein. Hier fort. So, und jetzt gehen wir hin und sagen einmal Golf. Und Golf gehört dann zu Volkswagen. Ist also eine Tochter von Volkswagen. Ich glaube... Ich hatte mal irgendwann Mondeo, deswegen trage ich den jetzt einfach mal bei Ford ein. So, für Mercedes habe ich jetzt keine weiteren Unterkategorien. Das heißt also, was wir jetzt erstellt haben, ist eine Hauptkategorie Automobilkatalog. Wir könnten jetzt also mit einem Link auf Automobilkatalog alle Inhalte aus den darunterliegenden Kategorien ausgeben. Also hier, wenn wir da drauf klicken, würden wir alle Inhalte sehen. Egal ob Volkswagen, egal ob Mercedes, Ford, ob Mondeo, ob Golf oder Caddy. Wir sehen alles. Und wir können hier durchklicken dann zum Beispiel auf Volkswagen. Wenn wir das so stellen, dann eben eine genauere Spezifizierung bekommen. Letztlich gibt es jetzt aber erstmal noch gar keine Inhalte. Also heißt, uns bringen diese ganzen schönen Kategorien erstmal gar nichts. Denn wir haben ja keine Inhalte, die sich darin befinden. Wir gehen jetzt also hin und sagen Mein Gott! Mein erster Testbeitrag zum Golf. Ich bin also jetzt hier beim Erstellen eines neuen Beitrages. Und diesen neuen Beitrag möchte ich natürlich in die Kategorie Golf stecken. Ich mache jetzt hier mal einfach wieder dieses Verfahren Speichern und Neu. Also erstelle ich mir wieder einen neuen Beitrag. Auch der soll wieder zum Thema Golf sein. Ach, und jetzt hat unser Redakteur ganz was Neues gefunden. Den Nageln 9 Mondeo beim Elchtest oder so. Das stimmt so Aspach-Uralts und Mondeo, den fährt heute gar keiner mehr, oder? Oh, ich darf jetzt auch nichts Falsches sagen. Dieser kommt auf jeden Fall logischerweise in die Kategorie Ford unter Kategorie Mondeo. Oh, und hier der Golf ist, glaube ich, ganz aktuell. Golf ist wieder aktuell. Oh, das ist aber, da hat der Redakteur wieder was zum Golf gefunden. Mercedes eher selten. So, und damit haben wir dann auch einen weiteren Beitrag zum Thema Mercedes veröffentlicht. Und wir sind jetzt hier, wie gesagt, in Inhalt-Beiträge und sehen jetzt hier die eben erstellten Textbeiträge, die ich angelegt habe und darunter auch die jeweiligen Kategorien. Das Gute an der Kategorisierung ist jetzt unter anderem neben der Möglichkeit, das Ganze im Frontend für uns jetzt zu nutzen, um daraus einen Block zu machen. Übrigens auch die einzige vernünftige Möglichkeit, um da einen Block draus zu machen. Die gute Sache für uns ist aber hier im Backend die Nutzung dieser Suchwerkzeuge. Wenn wir hier draufklicken, die sind standardmäßig erstmal versteckt und man muss einmal draufklicken, damit sie ausklappen. Aber ich kann mit den Suchwerkzeugen jetzt hier über das Wählen der Kategorien mir alle Beiträge zum Thema Golf anzeigen lassen. Das macht jetzt bei so wenigen Beiträgen vielleicht nicht unbedingt Sinn. Aber wenn wir hier später mehrere Seiten voller Beiträge haben und das wird in den meisten Fällen irgendwann passieren. Wenn wir da jetzt wirklich einen Automobilblock haben, dann kann es ja sein, dass da hunderte von Artikeln zum Thema Mercedes oder Golf oder so drin sind. Dann werdet ihr später dankbar sein über diese Suchwerkzeuge und das Filtern nach den Kategorien. Wir haben hier natürlich auch noch andere Optionen, zum Beispiel das Filtern nach Sprache oder auch Schlagworte. Wir können das Ganze auch verschlagworten, wenn wir nicht mit den Kategorien arbeiten wollen. Wir können das Ganze auch nach Autoren filtern. Im Moment gibt es ja nur mich. Wir können hier auch nach den Ebenen filtern oder wir können hier einen Status filtern. Das ist übrigens ganz interessant, wenn wir jetzt hier hingehen und da wieder einen Beitrag löschen, zum Beispiel. Das habe ich mit den alten Beiträgen gemacht, die ich veröffentlicht hatte in den vorangegangenen Tutorials. Heißt hier einen kleinen Haken rein und da oben rechts auf Papierkorb klicken. Dann verschwindet dieser Beitrag im Papierkorb. Das heißt, der ist nicht sofort gelöscht. Das seht ihr hier an diesen alten Blogbeiträgen aus Video 1.3, glaube ich. Die landen jetzt erstmal im Papierkorb und nach den Inhalten im Papierkorb könnt ihr auch filtern. Das heißt also, wenn ihr diese Suchwerkzeugeleiste nicht ausklappt, könnt ihr auch den Papierkorbfilter nicht stellen und werdet wahrscheinlich gelöschte Beiträge niemals sehen. Viele vergessen das, nämlich beim Aufräumen, wenn sie irgendwie so eine Testwebsite gemacht haben, dass da noch Sachen im Papierkorb liegen. Oder eventuell kann das Ganze ja auch mal ganz hilfreich sein, wenn man irgendwo was gelöscht hat und das zurückholen möchte. In unserem Fall wollen wir die jetzt mal eben alle löschen, klicken hier oben drauf auf alle auswählen und sagen Papierkorb leeren. Damit sind die alle gelöscht. Ebenso ganz wichtig bei dem Verwalten hier von Inhalten ist jetzt die Stapelverarbeitung. Die ist auch ganz nett zu benutzen. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, wir haben uns hier beim Golf vertan. Ach du Scheiße, jetzt haben wir da drei Beiträge zum Thema Golf gemacht. Das könnten auch im schlimmsten Fall 300 sein. Das heißt, wir gehen jetzt den Weg und sagen, ach fuck, jetzt haben wir uns vertan. Suchen wir mal eben alle raus von der Kategorie Golf. Jo, da haben wir sie alle. Dann machen wir hier oben den Haken bei alle auswählen rein. Wir sagen dann Stapelverarbeitung und können jetzt hier zum Beispiel entweder alle Artikel gleichzeitig in eine andere Sprache setzen. Wir können die zum Beispiel kopieren oder wir können die Zugriffsebenen ändern. Und hier seht ihr, es ist schon so ein kleiner Bug drin anscheinend. Hier ist so ein Scrollbereich. Wir wollen jetzt aber hingehen und die in eine andere Kategorie verschieben. Wir haben ja also gesagt, im Golf sind sie falsch. Die sollen jetzt alle zum Caddy. Das heißt, wir sagen jetzt alle von Golf nach Caddy verschieben. Oder zum Beispiel Schlagwort, da können wir jetzt auch noch hinzufügen. Aber wir sagen jetzt erstmal nur verschieben, ausführen. Und damit seht ihr, schwupp sind die aus der Liste hier weg. Ist auch so ein ganz beliebter Fehler. Da hat man denkt, ey verdammte Axt, wo sind denn meine Inhalte geblieben? Und dann hat man hier oben aus Versehen noch einen Filter drin. Der löscht sich jetzt auch nicht so ohne weiteres selber. Also es kann sogar mal vorkommen, dass der Filter noch drin ist, wenn man hier aktualisiert hat. Wir gehen also jetzt hin und sagen mal Caddy. Und sehen, dass meine Beiträge da gelandet sind. Und wir können sie natürlich jetzt ebenso einfach, wie wir sie von Golf nach Caddy verschoben haben, über die Stapelverarbeitung wieder zurück verschieben. Wir müssen hier so ein bisschen scrollen. Seht ihr hier am rechten Rand der Scrollbalken? Nicht wundern, das ist nicht kaputt. Wir gehen wieder auf Golf, sagen verschieben. Zack. Oder wir können natürlich jetzt auch hingehen, wenn wir eben sagen, ach scheiße, weißt du, die ganzen Artikel, die ich hier für den Golf geschrieben habe, die sind fast eins zu eins die gleichen, die ich beim Caddy auch brauche. Dann kann ich natürlich jetzt sagen, alle auswählen. Stapelverarbeitung sage jetzt hier Caddy und wähle nicht verschieben, sondern kopieren. Und bekäme jetzt eben wieder, ich sehe es nicht direkt unmittelbar, sondern muss hier wieder auf Caddy schalten oder ich setze mal auf alle Filter. Und ihr seht jetzt, es sind drei neue Beiträge erschienen in der Kategorie Caddy. Die sind alle nicht veröffentlicht, aber das sind alles eins zu eins Kopien meiner anderen Artikel, die ich da schon vorher drin hatte, die zum Thema Golf dann wieder waren. Ja, ich glaube, damit haben wir erstmal so einen groben Überblick bekommen. Was sind Inhalte und was sind Kategorien? Hier zu den Kategorien, falls wir da nicht deutlich genug waren. Das ist im Endeffekt, wie gesagt, zum Filtern sehr gut. Und wir können das eben auch im Frontend zur Ausgabe bringen. Aber da kommen wir jetzt gleich dann nochmal zu. Das macht eher Sinn, wenn wir später auch bei den Menüpunkten sind. Und dann werdet ihr wahrscheinlich ein bisschen mehr davon verstehen, als wenn wir jetzt wieder einen Exkurs machen in die Menüpunkte. Nehmt einfach als gegeben hin, dass es hier diese Kategorien gibt, dass die uns sehr hilfreich sind beim Filtern und dass wir daraus später dann auch eben unseren eigenen Block bauen können oder, 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 wie auch immer. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, dieses Video hat hier auch wieder einigen helfen können. Viel Spaß damit und wir sehen uns im nächsten Video.